So weiter geht's heute mit dem nächsten Teil der Karriere. Was haben wir denn hier schönes? Ja, er hat nämlich kein Geld. Aber ja, wir haben ja das Auto hier. So, nehmen wir den mal mit. Hat der mal sehr gut geklappt beim letzten Mal? Na dann, los. Hier sind wir nun mit der ersten Runde. Kristen, was denkst du? Es ist das Eröffnungsren... Ja, ich glaube wieder von ganz hinten. Halt dich zurück. Du hast jemanden zur Weißglück getrieben. So, unser Teamkollege vorne. Da kann ich höchst, um hier reinzugehen. Soll ich schon den Windschatten mitnehmen? Vielleicht die Chance auch. Du kommst auf einer guten Position in die zweite Runde. Ja, das war zu viel des Guten. Oh, das reicht. Ich bin jetzt vor der Reihe gesetzt. Leute, das ist ein Teamkollege. Ich bin jetzt hier in die Kurmü. So, weiter geht's. Letzte Runde. Bleib in Führung. Letzte Runde. Eieee, ein bisschen... Na, ich befürchte, dass wir das jetzt weggeschmissen haben gerade. Scheiße. Da ist ein bisschen Dreher weggeworfen. Ja, verdammt, äcker mich gerade. Da kann ich nicht mehr ran. Na gut, ja. Nächsterin. So, jetzt haben wir den Shanghai. Na gut. Okay. So, und wann bis es irgendwie geladen ist. Wir begrüßen Sie zur heutigen Veranstaltung aus Shanghai. Kristen, was kannst du uns dazu... Das ist 15 vor unserem Teamkollegen. Es ist dunkel, selbst mit der Streckenbeleuchtung. Aber wenn du auf die Beschilderung achtest, klappt das schon. Das ist kein Platz hier gerade. Das hat so viel Schöne drin gesiegelt. Hör bitte auf, deinen Teamkollegen zu sabotieren. Vorsicht, du hast dieses Auto einmal zu oft gerammt. Im Zweifel drücke ich mich mit Gewalt irgendwo durch. So, jetzt sind wir schon mal 5 da. Hey, bleib lieber auf Abstand, damit sich die Lage wieder beruhigt. ... ... Bitte. Da waren sie die Zweihandelssie. Das lag ich dir gerade hier mitnehmen. Gute erste Runde. Mach weiter Druck. Dankeschön. Scheiße, ey. Ja, das ist schön durchgereicht. Jetzt sind wir schön dran an dem Klima. Da haben wir sie alle geholt. So, letzte Runde. Letzte Runde. Bleib bis zum Ende in Führung. Ja, das ist schön. Ja, das ist schön. Die Regen macht vor allem zu nicht rutschig. So. Das haben wir. So. Gut. 13er geworden. na ja 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 gut so So, gut, das müsste jetzt das letzte Rimm sein, ah, Japan, okay, ja, dürfte das letzte Rimm sein. Es geht in die alles entscheidende letzte Runde, Chris, was denkst du gerade? Wow, 6,2 Runden, bei 60 Kilometer einer Strecke. Und schon sind wir mitten in der Einschaugebung zur ersten Runde. Ich glaube, das ist das Rimm, was wir damit so verkackt haben. Wir achten betan. So war siebter. Sechster. Was war jetzt? Ja. So, die Frage ist, kriegen wir da jetzt? Ne. Die lasst uns die Lücke nicht auf. Ei, 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 ei. Klatsch, oh ne. Ja, die wollten uns gerade richtig wegraben. Scheiße, Zehnter, wir waren erster kurzer Zeit. Die wollen uns nicht ziehen lassen. Ich glaube, du hast jemanden wütend gemacht. Ja, das war's, das Rennen ist gelaufen. So, ne. Okay. Mit zwischendurch erster ist sie dann so fallen. Letzte Runde. Lass uns aus der Mitte rauskommen. Ja, wir müssen jetzt gucken, dass es so lange möglich ist, da vorne wieder ankommen will. Was ist denn heute los mit dem? Ja. 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 Diese Scheiß-Warte, ey. Okay, nur mit der Zeit schaffe. Ja, das war's. Oh, super schön. 16. Ey, das ist doch nicht wahr. Was ist das für ein Rennen? Nichts. Vier Sekunden Zeit schaffe ich noch bekommen, ey. Oh, Mann. Naja. Jetzt würde ich euch mal ja sagen, und dann würde ich uns nur in die Wand gehauen. Scheiße. Ja, ich war gut, für ganz heute wird es nicht reichen. Doch. Machen wir gerade so. Wahrscheinlich. Gut. Äh, warte mal. So, nächste Rennen morgen. Ja. Ja. Ja.